Meine lieben Freunde und Hedgekommen zu einer kleinen Livestream-Ankündigung und zwar möchte ich heute um 20 Uhr, also heute am 2.05. um 20 Uhr gerne einen Demon Livestream starten. Zusammen mit ein paar Leuten aus der Gilde, also mit Taichi, dann Okuru und ich glaube es war noch Weevil. Wollen wir zusammen mit einem Level 1 sagen, beginnen. Ja, ich habe jetzt momentan leider nur Gott zu Mon und ja oder eben Mon. Könnt ihr hier einfach mal in die Kommentare schreiben, welches ich leveln soll und dann werden wir von Level 1 an so lange leveln und zocken, bis es nicht mehr geht, also bis wir gar keine Lust mehr haben. Der Livestream geht bis Open End und für die Leute, die den Livestream verpassen, ich werde natürlich möglich wieder hochladen, ist ja kein Ding. Und ja, um 20 Uhr beginnt der Livestream, seid dabei. In der Videobeschreibung findet ihr nochmal den Link zum Stream später und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Für Fragen und andere Sachen bin ich gerne bereit für euch die zu beantworten und Lukas wird wahrscheinlich auch noch mit dabei sein, also wird das ein volles Haus und ja, neues Event ist ja auch schon jetzt seit ein paar Tagen dran, weil wir natürlich auch noch ein bisschen ausnutzen und ja, einfach 20 Uhr heute. Ich hoffe, ihr seid dabei und ja, wir sehen uns später, Leute. Ciao!